Vor der Küste des US-Bundesstaates Alaska hat sich ein schweres Erdbeben ereignet. Die amtliche US-Behörde hat das Beben mit einer Stärke von 7,8 angegeben. Es wurde eine Tsunami-Warnung ausgegeben. Laut USGS liegt das Epizentrum in einer Tiefe von 10 Kilometern und ist rund 99 Kilometer von Perryville, einem Küstenort in Alaska, entfernt. Untertitelung des ZDF, 2020